Hallo, ich habe eine kurze Ankündigung für euch, ganz spontan, ganz auf die Schnelle. Es gibt einen kleinen Livestream heute um 21 Uhr. Im Hintergrund seht ihr arg, aber ob es das Spiel wird oder ein anderes, das habt ihr auch selbst in der Hand, könnt ihr ein bisschen für voten. Die Umfrage läuft bereits auf dem Kanal und um 21 Uhr, also in einer halben Stunde, jetzt geht es dann bereits los. Aber falls ihr das Video hier erst später seht, könnt ihr natürlich auch jederzeit noch reinschalten. Denn ich denke mal, das lohnt sich dann trotzdem. Ich hoffe, man sieht sich. Ich hoffe, ihr hattet heute das schöne Wetter genossen und dann jetzt zum Entspannen einfach nochmal ein kleiner Stream. Das wäre doch was. Bis gleich. Macht's gut. Ciao.